So, und da bin ich ja schon wieder, zum zweiten Video von Bansheed. Ja, keine Ahnung. Mir ist gerade der Name entfallen. Peinliche Sache. Aber so bin ich halt. Vergisslich, ich hab zwar zu viel im Kopf, dass ich nicht genau weiß, was wo ist und hier und da. Ich verschlute sogar auf mein Handy, obwohl es neben mir liegt und keine Ahnung. Mein Händler ist endlich fertig, jetzt kann ich mal gucken. Ein bisschen Wolle hier. Was noch? Feuerholz. Was kann man denn noch reinschmeißen? Na, erstmal nichts. Obwohl doch, ich könnte auch noch. Das soll er anschmeißen. Ich hab schon wieder keinen Stein mehr im Lager, dafür aber jede Menge Eisen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war aber auch ne Idee, dass ich ein bisschen Eisen verkauf. Da hab ich ja jede Menge. Jetzt sind wir ein bisschen schneller, damit ich auch die nächsten Schiff dabei hab. Und das sind so riesen Schöne. Und da ist das, ähm, Hospital. Mhm, mhm. Studenz. Neu. Joa, Nahrung haben wir hier genügend. Das wird so wohl abgeendet, also. Nahrung ist erstmal vorhanden, das ist schön. Ähm. Oh, ich bin auch auf dem Holzmeer. Mhm, das ist auch nicht so gut. Dann mach ich hier gleich mal... Das ist gemütlich noch platt. Wo ich hier gleich mal einen, ähm, Förster hin. Äh, für eine gute Idee. Ach. Warum könnte das mal nicht? Komisch. Ich überdecke, das kann ich hier noch so... Ich wusste jetzt halt nicht, was ich noch so machen könnte. Um Gottes Willen. Hab ich viel, hab ich viel Fisch. Ich glaub ich wäre jetzt mal ne Schneider oder so. Obwohl, ich erinnere mich. Oh, hab ich jetzt mein ganzes, äh, Eisen da. Liegen. Das würde ich eigentlich bohren, ich glaube. Oh, okay. So. Ey, das war auch nicht... Genau. Ich baue, ähm, eine Linie hin. Hier ist noch ein passender Platz dafür. Ach, warte, warte. So, und das müsste eigentlich... Auch so gut. Hm. Ich habe nicht genügt. Doch, heute müsste ich eigentlich genügt haben, aber kein Stein. Aber ich stecke das schon wieder ziemlich. Was ist denn das? Meine Güte. Mein PC rückt mich echt ein bisschen auf. Oh, ist das so ein Kotzen jetzt hier. Hallo. Ja, das ist... Ärgerlich. Es sieht beschissen aus. Es macht so keinen Spaß sich das überhaupt anzugucken. Wenn es dann so ruckelt, kann ich gut verstehen, dass ihr, wenn ihr jetzt abschaltet. Wenn es dann so gut verstehen, würde ich glaube ich genauso machen. Aber... Ich weiß ehrlich nicht, was was gerade mit meinem verfickten PC los ist. Das ist... Alter, ich habe nichts weiter offen. Was ist denn? Gutes Spiel und frames. Moment. Ich... Pauseer mache... So, da bin ich wieder und es ruckelt schon wieder, ich hab nichts auf, aber es... Okay, jetzt geht's noch wieder. So, ich brauch Stein. Ja, jetzt ruckelt es schon. Was ist denn, Alter? Das kann doch nicht normal sein hier. So, irgendwas wollte ich noch, irgendwas machen, aber ich guck nicht drauf, was ich machen wollte. Also Studenten und Patienten, das ist aber auch gut so. So, Wolle ist so. Ah, ich bin jetzt schon von 4 auf 6 gestiegen, das ist doch schön zu sehen. Da ist auch noch 4 hier. So, ich bin jetzt wieder. Was ist das eigentlich? Schule, Hospital, normalerweise klinge ich kein Englisch, das ist unglaublich. Eine Kirche ist das, also wie doch, das ist mir schon alles klar, aber was ist das? Wo kommt denn endlich mein erstes Schiff hierher? Ich will mal ein bisschen handeln, gucken was es so gibt oder so. Vielleicht einfach noch Tiere kaufen oder Saatgut. Es ist auch ja irgendwas, was mich ein bisschen voranbringt. Scheiße, das ist ja mein weiteres gesunken. Nicht gut. Ok, Schmiedbaum. Gerne vorher eine Ärger Schadderei. So, das kommt so. Hm, ich füge mal noch Eisen, toll. Kohle. Ach, wie kommt so die Kohle ab? Lass du es jetzt nicht so Kohle abbauen? Äh, aber noch ein paar Minarbeiter, das stimmt. Ah, hier haben wir nur zwei Leute übrig, geil. Ich füge mal noch einen Minenarbeiter da. Ich füge mal noch einen Minenarbeiter da. Also wohnen lassen wir nicht, äh, Eisen. Hügelbruch ich erstmal nicht. Gut, Eisen produzieren sie. Das ist schon mal gut. Oh, das kommt von da. Das können wir auch nicht sagen. Es wird immer die Rennen immer mehr schaffen. da kann ich jetzt die gewisse warte anfordern was ich haben möchte das nächste mal wenig hätte glaube ich was hat er hier überhaupt angebieten da fisch und na toll das sind sachen die ich nicht brauche ja 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 Ja, mach das so, bevor wir hier auf und dann Um, 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 um. Um, 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 um Vielen Dank.